Was wir hier haben, ist zugegeben noch nicht der Kurs tatsächlich, den wir einloggen können, sozusagen bis Ende des Jahres, aber zumindest mal eine Voraussage, wenn man der Saisonalität glauben mag. Viele achten da drauf, Jahresendrallye, das muss doch beste Chancen nach oben haben. Jawohl, so sieht es längerfristig aus. Beim DAX haben wir 33 Jahre beispielsweise, lieben Dank an das Team von Saisonax, tolle Webseite, da kann man solche Sachen mal abrufen. Wir haben eine wunderbare Bewegung hier im Langzeitbild. Wir sehen allerdings auch, dass das nicht immer so ist. Wenn wir zum Beispiel nur fünf Jahre zurückgehen, ja, dann war das Ganze relativ mau. Aber im längerfristigen Bild, auch wenn wir uns den Dow Jones oder sowas angucken, kurzfristig eher mau. Das heißt jetzt nicht, dass es in jedem Jahr dann so ist, aber in den letzten fünf Jahren insgesamt war das relativ übersichtlich, was wir so in der hinteren Dezemberhälfte noch bekommen haben. Wenn man aber mal ganz langfristig guckt, also wirklich sagt, was ist denn ganz typisch, wenn man mal sich das Bild vergegenwärtigt, dann sieht es nach aufwärts aus. Soweit die Theorie, jetzt vergleichen wir das mal mit der Praxis. Zumindest mal jetzt aktuell, wenn man den Vier-Stunden-Chart anguckt, zweite Dezemberhälfte, 17. Dezember beispielsweise jetzt hier, wir sind in einer wunderschönen Aufwärtsbewegung hier beim DAX. Ja, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist ein wunderbarer Anstieg, ein ganz klassischer, ein typischer Impuls. Viel besser kann man es nicht machen. Wir haben kleine Rücksetzer, die sind aber überlappungsfrei, auch hier von mir aus intern das Ganze nochmal. Alles erstmal safe. Was würde jetzt der Sache gut tun? Richtig, ein Rücksetzer. Ich will ihn nicht beschreien, aber er kommt nun mal typischerweise. Immer wieder, ob das dann ein kleiner Rücksetzer ist, ob das dann wie hier ein etwas größerer ist. Aber solche Rücksetzer wären eigentlich klasse. Warum? Weil sie nämlich mehrere Bedingungen erfüllen. Das eine ist, wir kriegen es nochmal günstiger. Ja, vielleicht sogar hier unten, aber manch einer scheut sich dann da unten einzusteigen. Ich bin ja jemand, ich nehme gerne so eine Bestätigung hier, so ein Zwischenhoch. Alles safe, weil es uns nochmal zumindest die Chance gibt, ein bisschen günstiger reinzukommen. Was aber viel wichtiger noch ist, es zeigt uns, wie eine etwaige Gegenrichtung ist. Das ist so ungefähr der Test. Na, na, wird er sauer? Wenn ich ihm jetzt stundenlang am Bad ziehe, der Weihnachtsmann oder dem Christkind. Na gut, das mit dem Bad ist so eine Vorstellung. Aber wird der Markt sauer, wenn der Markt nach unten geht? Ist das eine heftige Bewegung? Irgendwas, was dann so aussieht? Oder ist das, ach komm, hier kitzelt höchstens? Das ist ein Zeichen, wenn es so dann tatsächlich aussieht. Also ohne diesen Druck, der ja auch passieren kann. Dann haben wir die realistische Chance, dass der Kurs hier nochmal weiter nach oben geht. Mir ist es immer ganz wichtig, dass wir verstehen als Händler, dass es uns eigentlich egal sein muss, was passiert. Wir müssen nur gucken, wie es passiert. Das ist ganz entscheidend. Das beachten viele. Viele sagen, ja, es steigt. Das Wie ist häufig fast wichtiger. Der Ton macht die Musik. Das sagen wir bei Gesprächen beispielsweise. Es kommt nicht nur darauf an, welches Ausmaß eine Bewegung hat, sondern eben auch die Art und Weise. Und wenn die dreiwellig, wenn die korrektiv eben ist, wäre das ein ganz gutes Zeichen. Ich will jetzt vom Himmelswillen nicht euch als Idee mitgeben, das wird jetzt als nächstes hier nach unten gehen. Das ist ausgemachte Sache. Das ist Quatsch. Das wissen wir natürlich alle nicht. Aber dieser Rücksetzer, wo auch immer er startet, vielleicht ab sofort, vielleicht auch erst von da, vielleicht auch erst von da, aber dieser Rücksetzer wird kommen und der wird typischerweise, idealerweise, wenn es ein Korrektiver ist, irgendwo so in diesen mittleren Bereich hier reinfallen. Also diese Strecke. Wir haben das mit Fibonacci ganz häufig schon mal gemacht. Wenn dem so ist, ist das kein Nachteil, sondern ist das sogar eine ganz gute Hilfe. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Dow Jones. Das ist jetzt hier der Märzkontrakt auf den Dow Jones. Auch hier sehen wir, da war mal eine Pause. Hier war mal eine Pause. Also diese klassische fünfwellige Struktur, die lässt sich hier grob zumindest mal auch wiedererkennen. Naja, so grob muss man gar nicht gucken. Soll man jetzt noch reinsteigen? Ist doch ein geiler Markt. Natürlich kann das hier noch weiterlaufen. Aber das Problem ist, je länger die unkorrigiert ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass mal ein Rücksetzer kommt. Für mich ist also das oberste Gebot der Stunde, diesen Rücksetzer abzuwarten, dann zu sagen, okay, dann kann ich mich da nochmal einklinken, kann sagen, okay, an der Stelle gehe ich rein. Aber ihr seht, das letzte Bild, was wir hier haben, ist bullisch. Ja, aber Moment mal. Bei dieser Argumentation hätte man doch hier sagen müssen, das letzte Bild ist bärisch. Richtig! In diesem Moment, als ich das gesehen habe, habe ich es für sehr realistisch, manch einer erinnert sich noch, gehalten, dass das passiert. Und wenn das getriggert wird, dass dieses hier ist. Und jetzt kommt das, was uns Charttechniker so wichtig ist. Ich habe keine Ahnung, ob das kommt. Aber ich kann gucken, wenn das kommt, dann suche ich den Short, nämlich triggern lassen. Und wenn der Markt das macht, dann ist meine Fähigkeit, nicht vorherzusehen, welches dieser beiden Muster kommt, sondern zu sagen, ja, okay, die beiden kann ich unterscheiden. Das kriege ich hin. Also kein Trigger, also kein Short. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt konnte ich das nicht wissen, ob es die eine oder die andere Variante wird, weil mir dieses Teilstück noch gefehlt hat. Jetzt umgekehrt. Aktuelle Situation ist, wir sind jetzt da. Ich habe keine Ahnung, ob das kommt. Alternativ dazu immer eine A, B, C. Und ob das hier kommt. Es ist absolut denkbar, dass das hier kommt. Aber Long ist für mich dann interessant, wenn diese Geschichte hier passiert. Wenn der Kurs da durchgeht, nämlich in der Erwartungshaltung, dass sich das in etwa nochmal fortsetzt. Das ist eine Pi mal Daumen, so eine Größenordnung, damit man sagt, jetzt sag mal ungefähr wenigstens, wie weit das Ganze noch läuft. Also der Markt aktuell super spannend unterwegs. Wer jetzt Long ist, der sagt sich, ja, aber das hilft mir überhaupt nichts, wenn du mir nicht sagen kannst, ob das passiert oder das passiert. Naja, ob ich euch immer helfen kann, ist eine andere Geschichte. Aber wir müssen mit diesem Rücksetzer rechnen. Wenn euch so ein Rücksetzer in diesen Größenordnungen stören würde, wenn ihr sagt, finde ich doof, dann wüsst ihr jetzt schon, muss euer Stop einigermaßen eng liegen. Denn wir müssen mit sowas rechnen. Stichwort ist immer Retracement in die klassische Zone, hier in diesen Bereich rein. Wenn ihr sagt, nee, das finde ich jetzt unangenehm, wenn er da nochmal runter geht, das wäre mir zu weit weg, dann wüsst ihr, müsst ihr enger stoppen. Wenn ihr sagt, hey, ich denke groß, ich habe gar keine Idee, jetzt hier so ganz kurzzeitig reinzugehen, ich bin sowieso bullisch insgesamt, lass den doch mal runterkommen, das stört mich gar nicht, dann könnt ihr euren Stop hier unten drunter setzen. Denn solange der Markt hier irgendeine Korrektur macht, vielleicht geht auch die 78er Marke, viele kennen das, dass ich meinen Stop immer gerne auf die 78er Marke, das habe ich jetzt nicht richtig getroffen, ich mache es jetzt mal so ungefähr hier, muss ich nicht so genau zählen. Also in etwa diese Marke, warum jetzt an dieser Marke, warum nicht hier drunter? Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Korrektur hier ausstoppt und anschließend noch nach oben geht, ist nicht mehr sehr hoch, sodass ich mir diesen zusätzlichen Verlust sparen kann. Anders gesprochen, wenn wir diese Marke erreichen, dann erreichen wir sehr, sehr häufig auch die. Wenn ich meinen Stop hier drunter lege, kann ich auch da hinlegen, da habe ich kaum einen Unterschied in der Trefferquote. Es ist ein Unterschied. aber nicht so viel wie das, was ich mir hier nochmal sparen kann. Das ist so der Grund immer für die 78er Marke. Wer ganz safe gehen will, hier. Weil wenn das wirklich ein Bullenmarkt ist, sollte er, darf er hier drunter nicht mehr gehen. Ansonsten, wenn er da drunter geht, ist das kein Bullenmarkt. Das ist übrigens auch eine Sache, in der viele Leute scheitern, weil sie sagen, ja, aber der Kurs kann doch auch das machen. Das ist richtig. Wenn du sagst, das ist auch in Ordnung, dann musst du den Stop hier drunter legen. Und da seht ihr, wo die Krux ist. Das müsst ihr entscheiden, ob ihr behauptet, das ist der Bullenmarkt. Im Moment ist das ein Bullenmarkt. Wenn ihr falsch liegt, ist hier natürlich der Stop super. Wenn ihr sagt, naja, aber es kann ja auch noch das passieren, dann müsst ihr den Stop hier hinlegen. Und wenn ihr sagt, naja, aber dann kann ja auch noch das passieren, dann müsst ihr den Stop da hinlegen. Das ist eure Entscheidung, ob ihr das soweit noch mitmacht oder nicht. Denn das kann euch keiner sagen, weder fundamental noch charttechnisch, ob ihr die eine oder die andere Lösung fahrt. Ihr müsst euch entscheiden, was will ich ihm noch erlauben oder nicht. Das ist die Gnade des Traders, dass er selber entscheiden kann, was er dem Markt noch erlaubt oder nicht. Übrigens auch ein Punkt, aber vielleicht ein anderes Thema, dass viele sich als Händler eher in der Opferrolle sehen. Ja, ich muss immer das machen, was der Markt macht. Eigentlich völlig falscher Gedankengang. Wenn ihr Geld in die Hand nehmt, seid ihr die Entscheider. Ihr seid die Bosse. Und ihr zieht euer Geld sofort wieder raus, wenn der Markt nicht das macht, was ihr wollt. Das ist eine andere Sichtweise und lässt euch mit euren Trading-Ideen ganz anders umgehen. Vielleicht ein anderes Thema für eine andere Stelle nochmal. Vielleicht jetzt nicht unbedingt hier in dem Video. So, aber blicken wir nochmal abschließend. Wenn auch ganz kurz nur, denn viel mehr Neuigkeiten gibt es hier nicht. Beim S&P ist es natürlich im Wesentlichen das Gleiche. Auch der ist auf bullischen Faden unterwegs. Aktuell wartet auch hier. Wenn es korrektiv runtergeht, habt ihr die Chance, euch triggern zu lassen, hier auf die Long-Seite. Denn dann läuft es nochmal. Statistisch gesehen, wenn man die Saisonalität betrachtet, gibt es die besten Chancen dafür, dass der Markt noch weiter nach oben geht. Aber, das muss man fairerweise auch dazu sagen, Saisonalität betrifft 100 Jahre oder von mir aus 30 Jahre beim DAX, wie auch immer, aber viele Jahre und niemals konkret ein Jahr. Also bitte, macht nie eine Statistik aus. Jetzt muss es aber so sein, weil die Zahlen sprechen dafür. Nein. Es ist ein Massenphänomen, was Traden sowieso ist. Es geht nie um den nächsten Trade. Ich weiß, das fühlt man immer so. Ja doch, beim nächsten will ich kein Minus machen. Der nächste Trade ist völlig belanglos. Er muss belanglos sein, weil wir alle keine Ahnung haben, was passiert. Aber wir können anhand dessen, was ich gerade jetzt so vorgeschlagen habe, erkennen, wenn ich das 10 Mal mache, wenn ich das 100 Mal mache, dann werde ich häufiger richtig liegen beziehungsweise besser richtig liegen, einfach durch das Chance-Risiko-Verhältnis und dementsprechend mehr Geld rausholen, als ich reinstecken muss in die Geschichte. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt, das ist das letzte Video jetzt hier auf diesem Kanal zu den Indizes jetzt hier vor Weihnachten. Ich wünsche euch ein wunderbares, ein tolles, ein klasse Weihnachtsfest. Das kann ich sicherlich auch im Namen von dem ganzen Finanzmarktwelt.de-Team sagen. Ich wünsche euch ein wunderbares Weihnachtsfest. Genießt die Zeit. Habt ein friedvolles, ein ruhiges, ein glückliches, ein fröhliches, in welchem Kreis auch immer. Ob ganz alleine, ob ihr das alleine begehen wollt oder müsst. Genießt es, so wie ihr es haben könnt. Nehmt das Beste mit euch. Alles Gute. Ganz, ganz liebe Grüße. Frohe Weihnachten.